Komm, hau! Halt raus! Ja, was glaubst du, was ich mag? Nein, das hat keinen Sinn. Dabei kommt der wieder um. Das wird nicht so richtig. Nachspannende Schnur. Wie denn? Naja, jetzt nimmer. Jetzt hockt er da drin und das darf ja nicht wahr sein. Das gibt's ja nicht. Siehst du, da noch Wasser. Okay. Zückt er, kommt zurück. Zückt er, kommt zurück. Zückt er, kommt zurück. Das geht schon. Der ist auf mich. Was ist das? Was ist das? Das ist das Theater. Du bist der Trektor in den Link, Daniel. Boah! Das ist ein Stoffel. Tja. Tja. Oioioi. Das kratzt wird aber unheimlich. Ja, gut. Ein längeres Seil hätte man gebraucht, dass wir hier rüber noch ein paar Mauer machen können. Da kommt schon der Andresel und schaut, was da los ist. So. Das ist der Hattdreck. Jetzt hängst du. 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 Jetzt hängst du.